Keine Ahnung was für ein Fisch das ist, bin ich ehrlich. Wie ein Lappen zieh ich das hinterher und jetzt gab es einen Schlag. Oh, geil. Alter, hör da auf. Oh, ist das geil. Alter. Ey, schaut euch doch mal den Zander an. Alter, ist das eine Kirche? Voll auf der Montage gehämmert. Du bist ja cool. Ist das geil. Vielen Dank.